Helene Fischer schockiert Fans mit kryptischer Botschaft. Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Sie hat musikalisch alles erreicht, was sich viele Sängerinnen und Sänger wünschen. Lange Zeit war es still um die Sängerin, bis sie auf Social Media Folgendes postete. Ihr Lieben, es hilft nichts. Diese Zahlen lösten sofort Panik aus und die Fans wurden neugierig. Was hat Helene Fischer nun erneut vor? Auf dem zweiten Bild schreibt die Sängerin folgendes. Wenn ihr mich zur Zeit hören wollt, dann müsst ihr Kinderlieder hören. Darf ich vorstellen, mein absolutes Herzensprojekt in diesem Jahr. Fans können wieder aufatmen. Helene Fischer hat verkündet, dass sie in diesem Jahr fleißig an einem neuen Album arbeitet. Und das für Kinder. Und das ist erst der Anfang, denn sie will eine ganze Albumreihe daraus machen. Da Helene Fischer selbst Mutter ist, verstehen wir diesen Sinneswandel. Was meint ihr dazu? Passt dieses musikalische Projekt zu Helene? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Schlager-News mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.